Wir sitzen jetzt im selben Boot. Das macht uns wohl offiziell zu Partnern, ob es uns gefällt oder nicht. Das ist okay, wenn Sie mir helfen, Simmons zu schnappen. Ja, natürlich, Schäppich. Wir haben das alles Simmons? Mit diesem Labor direkt über unseren Köpfen würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Ja, denke ich mir auch, dass es Simmons ist. Und wir kommen zurück bei Resident Evil 6. Ja, das ist für mich länger her. So, ich muss gerade den Ton anpassen. So. So, 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 jetzt passt's. So. Ja, wie gesagt, Resident Evil 6 ist für mich etwas länger her, mit dem ich das abgenommen hatte. Ich glaube, ich muss dir das aufhören, weil bei mir... Was bringt das? Komm. 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 Hat die auch was Besonderes bei sich? Oder warum konnte man den Sarg eröffnen? Hm. Weiß ich gerade nicht. Nee, sowas, ja. Oh, das ist reizig. Hm. Genau, ich muss dich aufhören damit. Ich hätte beten sollen, als wir noch in der Kathedrale waren. Warum bleiben die Toten nicht einfach so? Du musst dich auch machen, wenn wir das machen. Ich brauche Hilfe! Oh, das ist tot. Ah, gut, es ist tot. Also, da gehen wir nicht lang. Oder spielen Sie gerne mit dem Feuer? Los, könnten wir einen anderen Weg. Ja, hier. Roger. Held nach, geh nach oben. Sniper. Sniper. So, nachladen. Komm, geh. Ich brauche, wir wollen mich aufheben. Schauen Sie mal, was es gebracht hat, um die Sehnezeuge zu öffnen. Hä? Weiß ich gerade gar nicht. Gehen wir nach. Ja, wo ist hier? Was ist die Gäste? Ich kann das nehmen. Ja, wo hast du einen Zombie, der das geschoben hat? Oh, scheiße. Da steht was auf der Tür. Bringt Beweise für die Verwandtschaft. Verwandtschaft? Simmonds Stammbaum? Der Ring? Ich habe keine Beweise dabei. Sie etwa? Nein, ich habe nichts. Ob hier irgendwas Brauchbares herumliegt? Moment mal. Dieser Ring von Aiden? Ja, genau, der Ring. Der Ring. Sie gab Ihnen einen Ring? Genau, sie gab mir einen Ring. Bingo. Danke für das Geschenk, Aiden. Der Ex-Sybsche einfach ganz... Wippt, 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 wippt. Rennt Rennt Mal was anderes zu machen als ein Livestream Weil in letzter Zeit, wie gesagt, wo das rauskommt Denn wir können mich ganz nicht leicht zu machen Ich bin froh ja leicht zu zu machen Nein Au Nein! Mach damit! Mach mit ja! Nein Niemals tot Ich bin nicht tot, gut Hi, hi, was geht? Elena? Elena, beeil dich, hier kommt gerade was vorbei, was mir gar nicht gefällt Au Ja, Amputortung, wenn wir fortsetzen Bingo, danke für das Geschenk, Aida Ja, kann man schon, kannst du so bespringen gesehen? Nein, kann ich natürlich nicht Ich bin nicht Ich bin nicht Nein, nein, du bist das Stürb! Danke. oh Ich breite ich mich breite ich breite ich breite ich gebe euch weich Bräunt! Bräunt! Danke Ah, das war es jetzt hoffentlich Okay, ich gehe jetzt weiter Einfach nur Jetzt höre ich mich erstmal einmal prize ich mich erstmal Elena, komm schon. Beide ich bitte. Anscheinend wollen wir uns nasse Füße. Das Wasser macht dir keine Sorgen. Das Wasser macht dir keine Sorgen. Also, ähm... Okay. Ähm, ja, was war das gerade eben? Es wäre zu schön, wenn irgendwas mal von warmem Wasser überflutet wäre. Ja, denke ich schon auch irgendwie langsam.